Einen schönen Abend wünsche ich euch. Meine Stimme ist eventuell ein bisschen mitgenommen, denn ich habe gerade das Deutschlandspiel Public Geviewt. Das ist eine Wortneuschöpfung. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, 4 zu 0 für Deutschland. Tore von Podolski, Klose, Müller und Kakao. Und es war wirklich ein super Spiel. Es war auch bei uns richtig gute Stimmung. Und es war einfach zu jedem 2-Punkt klar, die deutsche Mannschaft gewinnt das Spiel. Sie haben Australien dominiert. Australien hatte ein paar Mal, ich weiß nicht, 2-3 Mal noch gute Chancen. Aber insgesamt gesehen wirklich sehr schön. Auch die Tore gut rausgespielt. Allgemein die Mannschaft gut zusammengespielt. Auch die Einwechslungen von Löw wirklich sehr gut getimt. Hat man ja auch gesehen, Kakao, Helmut, wie wir ihn so liebevoll nennen, hat ein Tor geschossen. Und auch Marin am Schluss noch ein bisschen gewirbelt. Gomez konnte leider nicht mehr so viele Akzente setzen, hat eben keine Bälle mehr bekommen. Und das ist jetzt wirklich ein sehr gutes Spiel gewesen. Ein sehr gutes Auftaktspiel und das macht echt Lust auf mehr. Und ich hoffe natürlich auch, dass es am Freitag gegen Serbien so weitergeht. Und das wird schon wieder gewesen sein. Ganz kurz meine Meinung zu diesem Spiel. Wirklich sehr schön, macht richtig Lust auf mehr. Hat auch richtig Spaß gemacht anzuschauen. Und dann hören, sehen, schreiben wir uns wieder am Freitag. Und bis dann, mit Deutschland gegen Serbien. Euer Cheesy und ich bin hier raus. Ich bin hier raus.